Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Was war das für ein Halbfinale beim Magnus Carlsen Invitational zwischen dem Weltmeister und dem russischen Großmeister Jan Nepomniashy? Am ersten Halbfinaltag gewann Nepomniashy mit 2,5 zu 1,5 und legte direkt los wie die Feuerwehr am zweiten Halbfinaltag und lag mit 1,5 zu 1,5 in Führung. Niemand gab auch nur einen Pfifferling auf Magnus Carlsen und der Weltmeister zeigte aber, was in ihm steckt, gewann Partie 3 und 4 und drehte nochmal das zweite Duell im Halbfinale und gewann dieses Duell. Und dann musste der Tiebreak über den Einzug ins Finale entscheiden. Die erste Partie im Tiebreak, eine Blitzpartie, endete Remis und das ist jetzt die zweite Blitzpartie und die schauen wir uns an. Es war klar, bei einem Remis muss der Armageddon ran, um die Entscheidung herbeizuführen, aber wenn einer der beiden diese Partie gewinnt, ist er fürs Finale qualifiziert. Ups, gehen wir direkt rein. Weiß beginnt hier mit D4, Carlsen ist weiß. Blitzpartie, Bedenkzeit 5 plus 3. 5 Minuten plus 3 Sekunden Bedenkzeit. Springer F6, C4, E6. Springer C3, Damen Gambit nach D5. C schlicht D5, E schlicht D5, die sogenannte Abtauschvariante. Läufer G5 hier. Normalerweise spielt man hier Läufer E7, das ist der Klassiker. Aber Nepo hatte sich hier Läufer B4 zurechtgelegt für dieses Duell und war damit auch erfolgreich in der zweiten Partie am zweiten Tag, bevor Carlsen dann das Ganze nochmal drehte. Und wie gesagt, allein schon diese Aufholjagd heroisch von Carlsen, dass er überhaupt in den Tiebreak kommt. Auf diesem Niveau. Er hatte in der Zwischenzeit die Variante repariert. Es ist so, dass die immer ein bisschen Pause haben zwischen den Partien. Und vermutlich haben sie ihre Sekundanten, die im Hintergrund natürlich die Varianten noch nochmal anschauen. Und jetzt spielte Carlsen sehr schnell hier E3. In der zweiten Partie spielte er hier Dame A4 Schach und nach Springer C6 die Stellung war ausgeglichen, aber nach dem langen Kampf verlor er die Partie. Und hier hatte er sich die bessere Variante zurechtgelegt. E3, H6 greift den Läufer an, der geht zurück. G5, sehr aggressiv von Schwarz. Das ist aber der logische Aufmarsch, wenn man den Läufer hier auf B4 stellt und hier den Springer fesselt. Dann möchte man die Fesselung auf der Seite natürlich loswerden, indem man den Gehbauern vorzieht. Läufer G3, Springer E4. Springer G2. Jetzt ganz aggressiv, H5 droht H4 mit Gewinn des Läufers. Deswegen muss man den H-Bauern vorziehen, H3 oder H4. Carlsen entscheidet sich für H3. Springer schlicht G3, Springer schlicht G3. H4, sehr aggressiv von Schwarz. Und hier geht der Springer nach H5 erstaunlicherweise. Wenn man das vorher noch nie gesehen hat, denkt man sich so, was macht denn der Springer da? Der kommt da gar nicht mehr raus. Aber wir werden sehen, der Springer ist dort ganz sicher. C6, Läufer E2, denn der Läufer deckt den Springer. Springer D7. Dame B3 greift den Läufer an. Läufer schlicht C3. Und hier dachte Carlsen das erste Mal länger nach in dieser Blitzpartie. Und ich dachte schon, ich habe die Partie live kommentiert auf meinem Twitch-Kanal, ob die Übertragung auf Leachs ausgefallen wäre. Weil er dachte hier über eine Minute nach, das ist sehr viel für Blitzen. Naja, er kann mit dem Bauern schlagen oder mit der Dame. Letztendlich entschied er sich mit der Dame zu schlagen. Mit dem Bauern hätte er auch was für sich. Dann hätte er nämlich ein bisschen mehr Bauern im Zentrum als der Schwarze. Aber gut, er entschied sich für den klassischen Aufbau mit Dame schlicht C3. Und nach Springer F6 tauscht Schwarz den Springer. Springer schlicht F6, Dame schlicht F6. Spielt Weiß jetzt hier B4. Und das ist hier eine klassische Struktur, nämlich die Karlsbader Struktur. Und Weiß startet hier den sogenannten Minoritätsangriff. Minorität, weil er greift mit zwei Bauern hier die drei Bauern von Schwarz an. Ihn zählen wir hier nicht, weil die stehen sich natürlich hier gegenüber. Und mit A4, B5 möchte er später auf C6 eine Schwäche kreieren bei Schwarz. Der sogenannte Minoritätsangriff. A6, A4, Läufer F5, B5. A schlicht B5, A schlicht B5. Kurze Ruhade, kurze Ruhade. Dame E6. So, jetzt hat Weiß optisch eine etwas bessere Stellung. Er könnte jetzt auf C6 schlagen. Präferiert aber hier den Druck zu erhöhen mit Turm FC1. Optisch eine etwas bessere Stellung, weil Weiß hat hier eine sehr intakte Bauernstruktur. Während Schwarz hier die Bauern ein bisschen weit vorne hat. Und der König ist dadurch ein bisschen offen. Und früher oder später entsteht hier auf C6 eine Schwäche. Oder wenn Schwarz nimmt auf B5, dann entstehen lauter isolierte Bauern. C schlicht B5. So kommt es auch. Schwarz hat jetzt hier lauter isolierte Bauern. Dame B3. Attackiert diesen Bauern. Turm schlicht A1, Turm schlicht A1. Turm C8, Läufer F3. Anstatt den Bauern auf B5 zu schlagen, übt Weiß jetzt noch Druck aus gegen den Bauern D5. Läufer E4. Schwarz tauscht den Läufer ab. Läufer schlicht E4. Dame schlicht E4. Dame schlicht B5. Greift den C7 an. B7. Und jetzt kommt Turm C7. Und hier hatte Carlsen tatsächlich so viel aus der Stellung herausgeholt, dass hier ein starker Zug für ihn möglich ist. Wir sehen, es ist kaum noch Material auf dem Brett. Beide Seiten nur Dame und Turm. Aber wie ich schon sagte, Weiß hat die bessere Struktur. Und Schwarz hat hier zwei Schwächen, die isoliert sind. Die Bauern müssen gedeckt werden von den Schwerfiguren. Und hier verpasste Schwarz den starken Zug Turm A8 Schach. König G7. Turm D8. Ich verplapper mich die ganze Zeit mit dem Angriff auf den Bauern D5. Und hier kann Schwarz den Bauern D5 nicht mehr decken. Es ist nicht klar, was er hier übersehen hat. Oder, ja, Turm C1 Schach muss man natürlich rechnen. König A2. Und hier das Beste, was die Engine angibt, ist Dame nach B1. Mit der Idee hier Schachmatt zu setzen. Aber hier tauscht man die Dame und holt sich den Bauern auf D5 ab und hat dann erstmal einen Bauern gewonnen. Und dieses Turm-Menspiel, bin ich mir sicher, hätte Carlsen, in diesem Endspiel hätte Carlsen gute Gewinnchancen gehabt. Weil er hat hier natürlich einen sehr, sehr starken zentralen Freibau. Vielleicht hat er hier Dame F5 berechnet mit der Idee Dame schlicht F2. Aber ich denke mal, dass hier Turm schlicht D5 sehr stark ist. Dame schlicht F2, Turm schlicht G5 Schach. Und es kann sein, dass er hier irgendwas übersehen hat. Aber vermutlich steht er hier einfach auf Gewinn. Wobei, das muss man echt rechnen. König F8. Ah, Dame B4 Schach wahrscheinlich. König da hin, Turm G8 Schach, König hier hin. Und das dürfte matt werden. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr lange Variante. Und verständlich, dass Carlsen das hier nicht so bis in alle, ja, in dieser Tiefe berechnet hat. Ich gucke mal, was der Computer hier sagt. Interessiert mich mal. Denn ich hatte nur Dame B1 hier angeschaut. Aber was ist mit Dame F5? Hm, Turm schlicht D5 gewinnt. Aber noch klarer ist Dame E8 mit der Idee hier Schach und dann den Turm hier. Ja, okay, das ist klarer. Okay. Gut, nach Turm C7 in der Partie spielte Carlsen, es ist eine Blitzpartie, man kann hier nicht alles berechnen, spielte Dame B6. Und jetzt kommt eine Phase, wo eigentlich nichts passiert. Schwarz hält das Gleichgewicht, hält die Schwächen hier, na, und das Material stark reduziert. Und die Gegner spielen, wir machen jetzt hier, wir springen jetzt so ein bisschen in die Zukunft. Ich mache jetzt hier die Züge, die die Gegner, die die beiden gespielt haben. Weil es ist, wie gesagt, sehr ausgeglichen. Und es passiert eigentlich gar nichts. So, das ist jetzt eine wichtige Stellung hier. So langsam. Schwarz hat, wie gesagt, alles verteidigt. Eigentlich müssten sich die Gegner auf Remier einigen irgendwann. Aber Carlsen hatte noch nicht richtig umgeschaltet. War so unter dem Eindruck, dass er die ganze Zeit besser stand und wollte auf Gewinn spielen. Er spielt hier Dame E5, greift den Bauern an, lässt aber jetzt diesen Turmtausch zu. Turm C1 Schach, Turm schlicht C1, Dame schlicht C1. König A2. Und jetzt Dame C7 Schach natürlich. Carlsen könnte natürlich die Züge wiederholen, wenn er zurückgehen würde, König G1. Und, naja, Schwarz hat nichts Besseres, außer die Züge zu wiederholen eigentlich. Stattdessen spielte Carlsen allerdings immer noch so ein bisschen unter dem Eindruck, dass er besser stand die ganze Zeit, spielt er G3. G3 sieht aber schon so ein bisschen krumm aus. H schlicht G3 Schach. Und natürlich F schlicht G3 kommt natürlich da mit C2 Schach. Und das ist hier Dauerschach, Minimum. Das Problem ist in der Stellung, dass Schwarz hier noch einen Freibauern hat auf der B-Linie. Und jegliche Bauernendspiele für Weiß problematisch sind, wegen dieses Bauern hier. Nach F schlicht G3 spielte Weiß König G2. Sehr interessant. Greift weiterhin den G5 und den D5 an. Hier spielte Schwarz damit D8 und deckt einfach erstmal beide Bauern. König schlicht G3. Weiß hat seinen Bauern wieder. Aber, und das finde ich hier praktisch schon sehr, sehr unangenehm für Weiß, Schwarz verfügt nach B5 über einen sehr starken Freibauern. Und der Computer zeigt zwar in der Folge, dass das immer noch ausgeglichen ist. Aber praktisch verfügt Schwarz hier natürlich über die besseren Möglichkeiten, wegen dieses Freibauern. Dame B1. Gucken wir, wie es weiterging. Dame D6 Schach. König F3. B4. Der ist schon sehr weit vorne hier, der Kollege. Dame B3 blockt den. König, Dame F6 Schach. König G2. Dame D6. König G1. Ich springe jetzt mal relativ schnell in die kritische Stellung. F6. König G2. Dame B6. Hier könnte Weiß auf D5 nehmen, ist aber sehr kompliziert. Lassen wir das. H4. G schlicht A4. König A3. Dame B5. König schlicht A4. König F7. König G4. König E6. König F4. Dame C4. Dame A4. B3. Das sieht jetzt hier komplett gewonnen aus für Schwarz, weil der B-Bauer so weit vorne ist. Aber wir sehen, gleich kommt erst die kritische Stellung. Oder eine der kritischen Stellungen. Dame E8 Schach. König D6. Dame B8 Schach. König C6. Und das ist jetzt hier die letzte kritische Stellung in dieser Partie. Und ihr könnt hier mal einfach das Video pausieren und für euch mal nachdenken. Wie kann Weiß hier Remia halten? Das ist halt unheimlich schwierig. Kleiner Hinweis. Es ist kein Dauerschach hier. Man kann nicht anfangen, Dame C8 Schach zu geben und zu hoffen, dass hier Dauerschach ist. Nö, nö. Der Weiße König muss auf ein anderes Feld. Und das ist unheimlich schwierig. Und unmenschlich schwierig, wie ich finde. Insbesondere in einer Blitzpartie. Es gibt so einen Anhaltspunkt. Es ist wichtig, wenn die Weiße Dame hier anfängt Schachs zu geben und den König zu jagen. Dann ist es wichtig, dass der König, dass der Weiße König nicht auf einem Feld steht, wo Schwarz die Dame eventuell dazwischen stellt und dadurch die Damen tauscht. Zum Beispiel, wenn der König auf F4 steht, dann könnte die Dame eventuell mal auf C7 Schach geben, wenn die Weiße Dame über die 7. Reihe den König angreifen würde. Dementsprechend musste der Weiße König zurück nach F3. Und das ist der Remizzug. Um es kurz zu machen, in Worte, im Fass. Der Weiße König steht auf F3 oder wenn er später auf G2 steht. auf einem vernünftigen Feld und Schwarz kann nicht die Dame tauschen, indem er die Dame irgendwo dazwischen stellt. Ja, weil auf dieser Diagonale geht das nicht. Da steht ein Bauer. Carlsen allerdings spielt hier König F5. Greift hier den Bauern. Wer will es ihm verdenken? Aber hier steht der König schlecht, weil Schwarz kann die Dame tauschen eventuell hier über dieses Feld, wenn ein Schach auf E7 kommt. Das ist das Problem. Gut, König F5. Hier ging es weiter mit Dame B5 und jetzt gewinnt Schwarz. Dame C8 Schach, König B6. Und die wichtige Variante lautet hier Dame D8 Schach, König zurück, Dame E7 Schach, König C8. Dame F8 Schach, König C7 und hier ist die Variante. Hier kann Weiß kein Schach mehr geben auf der 7. Reihe. Dame E7, Dame D7 und tauschen die Dame. Das ist das Problem des Königs auf F5. Mit einem König auf F3 wäre diese Variante die gleiche Variante Remi gewesen. Das habe ich alles eingegeben und deswegen hätte der König auf F3 stehen müssen. Er ist ziemlich verrückt und sehr deep. Und in der Partie jetzt gewinnt Schwarz, indem er einfach mit dem König nach vorne läuft. Dame B8 Schach, König hier. Dame A7 Schach, König B4. Dame A1, Dame E2. König E6. Hier gibt es keine Verteidigung mehr. Der schwarze Bauer ist zu weit vorne. B2 greift die Dame an. Ja. Wenn Weiß jetzt irgendeinen Zug macht, kommt Dame C2, B1 Dame und der König kann auch hier reinlaufen und sich verstecken. Karlsson erlaubte sich hier noch einen Gag, beziehungsweise hoffte darauf, dass der Gegner es übersieht und spielte hier Dame A6. Griff die Dame an, in der Hoffnung, dass Schwarz hier B1 Dame spielt. Dann hätte er natürlich, dann hätte er die Partie sogar gewonnen nach Dame Schlicht E2. Aber Nepo sah diesen kleinen Trick, nahm die Dame raus und Karlsson gab sofort auf und war total genervt und völlig unnötig hier diese Partie zu verlieren aus seiner Sicht. Weil er stand ihm ganz am Anfang aus der Öffnung besser rausgekommen und hat dann vergessen zu switchen halt. Er wollte unbedingt gewinnen, gekämpft, gekämpft, gekämpft. Das zeigt natürlich sein Kampfgeist. Aber dann drehte sich die Partie plötzlich in diesem Damen-Endspiel und Nepo gewann letztendlich das Halbfinale und qualifizierte sich für das Finale, wo er auf Anish Giri treffen wird. Generell ein Riesen-Halbfinale zwischen diesen beiden Spielern. Niemand hätte damit gerechnet, dass Karlsson, nachdem er am zweiten Finaltag zurück lag, nochmal zurückkommt, dieses unglaubliche Comeback schafft. Zwei Partien in Folge gewinnt, dann aber im Tie-Break letztendlich verloren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde vom Finale auf jeden Fall Partien analysieren, Samstag und Sonntag natürlich und sie auf diesem Kanal veröffentlichen. Werde aber auf Twitch nicht mehr live kommentieren, weil heute Samstag ist meine Sparta-Arena. Heute Abend dann kommt dieses Turnier und Sonntag streame ich nicht. Außer ich habe Sonntag zufällig Bock, nochmal spontan zu streamen, aber eher nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt es bitte nach.